Willkommen in diesem wunderschönen Ford Fiesta Titanium Coupé. Für eine Haltung bietet dieser Fiesta ein CD-Radio MP3 mit Lenkradbedienung und Auxen-USB-Anschluss. Der Bluetooth-Freisprecher verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto, sodass Sie telefonieren können, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. Ebenso können Sie Musikdateien per Bluetooth aus dem Handy aufs Radio übertragen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Seine besondere Note erhält der Titanium, außen durch schickes Chrom-Dekor, den großen Heckspoiler, 16 Zoll Leichtmetallfelgen, Scheinwerfer im Projektor-Design, abgedunkelte Scheiben hinten. Im Innenraum gibt es Sportsitze, ein Lederlenkrad und Fußmatten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fiesta mit elektrischen Fensteregern, zentrale Regelung und Fernbedienung, eine erheizbare Frontscheibe, eine automatische Klimaanlage, Bordcomputer und elektrischen Außenspiegeln. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und 5 Airbag parat. Kopfstützen vorne und hinten, ein Reserverad, Notrad, die Nebellampen vorne und die Servolenkung. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss. Tschüss!